Sogar, sogar, sogar. Alles, was ist es? Na, soll ich den Rest einfach trinken? Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Klar, hab ich. Und wo hast du die Sachen hingetan? Überall da irgendwo Platz war. Freud, weg! Geht das auch etwas genauer? Genau, überall wo eine Leiteste. Oh lol, komm. Gleichen wir uns mal hier durch. Fick dich und dein Kran, geil. Fick dich. Bist du das? Fick dich. Fick dich, tschüss. Fick dich. Still und heimlich hier abhauen. Das ging gut. Wo kommen wir jetzt wieder hin? Stehen wir hier noch länger rum? Nein, die müssten gleich von der Wache zurückkommen. Kannst du da jemals Wachdienste shoppen? Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe. Da ist das MG, das Suchlicht. Deine Kameraden sind um dich herum. Aber dann raschelt irgendwas in den Spinnbeben. Und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Warum fackelt ihr die Spinnbeben nicht ab? Das tun wir ständig. Aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Bister wieder alles mit dem Zeug bedeckt. Verdammt, die sind schon eine Plage. Was kommt da denn wieder, ey? Ach du Kacke, die Fetten. Sie sah wie ein Mensch aus mit einem großen Beutel. Und als ich dahin geleuchtet habe, war da nichts. Mach dir deshalb keine Sorge. Nach einer 6-Stunden-Schicht passiert immer irgendeine seltsame Scheiße. Oh, ein Stück fest. Boah, war es 60 Militärmonie? Ich sollte auch mal Licht anmachen, ne? Gut, gehen wir hier durch. Boah. Ja, müssen wir wieder durch den Schacht. Super. Ja, iiii, ey. Ach, ist das wieder einladend hier, wirklich. Loll. Und wer bist du? Und wer bist du? Und wer bist du? Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetski-Most und aus der ganzen roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die roten Bauern? Also, wir haben auch etwas gebaut, was dem Zeug, das die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal dieses Baby ab. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Nice. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Oh ja. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch. Man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Specht. Klettere rein. Ja geil. Dankeschön. In Ordnung. Motor starte. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Du solltest keine Zeit vergeuden. Ja cool, dankeschön. Du bist ein süßer Mann. Ja. Jetzt muss ich wieder alleine hier rumfahren. Was gibt's denn hier alles? Ah, etwas Muni. Schön, schön, schön. Ja, hoppla, wieder rein. Ich will mich ja hier umschauen, ne? Oh, nee, hier gehe ich nicht weiter. Alter, viel Spaß hier. Ich hab Bastard auch schon wieder gehört, ey. So ein bisschen Muni mitgehe ich da jetzt bestimmt nicht hin. Ah, ist das wirklich hier, ey. So, hier geht's jetzt nicht weiter. Ach nee, ist wieder... Ich hab kein Strom drauf, oder was? Ach du Kucke. Alter. Was ist das denn wieder? Strom, 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 Strom. So scheiße, ich muss wirklich jetzt hier rein, ne? Ja. Ich hab die Scheiße, ich hab die Hände in den Schutten. Ich hab die Scheiße, ich hab die Hände in den Schutten. Jetzt kommen sie hier wieder. Ja komm, dreh dich um. Wo kommt das denn auf einmal her? Vor allem viele. Ich hab noch mehr. Ich auch noch nicht. Ich hab schon malo. Ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Dinger hier hasse? Raus hier, raus, 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 raus. Da, guck mal, da kommt doch schon wieder, der Bastard. So. Et voilà. Oh, Maske auf. Oh, super. Die Dinger noch. Scheiße, jetzt ist der Weg versperrt hier, oder? Ich komm aber auch nicht, oder? Da, guck mal, da gibt's.